Jawohl ja, und da sind wir wieder. Irgendwie war mir das nicht ganz geheuer. Wie gesagt, ich bin ja ein gebranntes Kind und gebranntes Kind scheut das Feuer. Nicht, dass jetzt schon wieder die Aufgabe, die Aufnahme versaut gewesen wäre, aber alle schicke. Audacity ist nicht abgekackt und war noch bloß 1,2 GB die Tonaufnahme. So, und eigentlich, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wir waren ja mal hier bei Gimli, waren wir noch, ne? Gimmelchen, ach hier, genau, guck mal. Zack, 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 alles mal zusammengebastelt. Eingesammelt. Und Mr. Gimmelty, jawohl, K und Koblen. Nein, 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 nein. So, Pippin. Willkommen zurück in den lebenden... Oh, er hat einen Eimer. What the fuck? Oh. Oh, Schiete. Legolas, ich seh da was für dich. So, dann, Hüpp. Oh, ja, Gandalf. Oh, what the fuck. Tuch, Entschuldigung. Äh, Metzeln. So, aber ich glaube, bringt hier nichts viel rum zu metzeln, weil wir nämlich, glaube ich, so ein... Minitars hier lösen müssen. Sehr schön. Hier wird einmal durchgemetzelt. Sehr schön. Da kommen noch mehr. Sie haben einen Höhlen-Troll. Sie haben einen Höhlen-Troll. Na, das habe ich auch mal ein bisschen energischer gesprochen. Alter. Lecko, Mio. Ah, hier ist Elben-Aufgabe. Elben-Elben-Elben-Aufgabe. Wo ist er denn? Elben-Prinz dein. Hepp, 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 hepp. Hepp, hepp. Komm her, mein Digger. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Aua. Hat mich doch noch getroffen. Aua, 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 ich bin gleich tot. Liegt da hinten. Ah, cool. Ah, hier kann man auch mal zusammensetzen. Schlech, 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 schlech. Ah, okay. Komm. Ah, fuck you. Ah, ich bin gleich tot. Jetzt bin ich tot. Ja, ja, ja. Voll rum hier. Uh. Ich gucke, ich gucke. Ich gucke, ich gucke. Ja, ist klar. Uh. Alter. Ich bin doch nicht mal in die Nähe von diesem Ding gekommen und bin schon halt tot. So. Zack, zack, zack. So, hier mal ein bisschen einsammeln. Einsammeln. Aua. Einsammeln. Ja, 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 ich weiß. Ich hübs hier drauf. Aua. Äh, ja. Hier bitte. Hier. Und mitten in die Fresse rein. Sehr gut. Oh, ich bin jetzt. Oh. Fro-do. Oh mein Gott. Fro-do. Hm. Hm. Ah, schnetzeln wir das Vieh. Pam, 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 pam. Pippin, 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 Pippin. Da. Schön. Hepp, hepp. Jawoll. Und vor der Pulle immer Gippin, Gippin, Gippin. Ist auch ganz besonders hübsch, der Typ, die, ne? Reguas. Reguas ist natürlich wieder halbtot. Pippin, 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 Pippin. Ich glaub, beim letzten Save-Game hab ich mich genauso dämlich angestellt. Ach, du Scheiße. Schnell, 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 schnell. Ah. So, K. Nein, nein, ins Glück. Jetzt müsste der Typ hier irgendwie kommen. Da ist er schon. Aua. Hepp, hepp. Und gib ihm. Leguas. Hepp, hepp. Ich komme, ich komme, ich komme, ich schieße, ich besiege. Hey. Ich komme, ich schieße, ich besiege. Yeah. Er lebt noch. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Uiuiui. Wuiuiui. What the fuck? Zur Brücke von Kajadum. Ach, ist das geil. Ich liebe die Musik. Die ist echt der Hit. So, wen spiele ich? Frodo. Äh. Drei Trolle. Zwei Trolle. Und einer noch. Weg mit dir. Herzchen. Auch echt cool gemacht. Die Idee hier mit dem Shield. Jetzt von links und rechts hier die. Jetzt kommt Fülle. Zack, zack, zack. Alles. Kein Problem hier. Nun, 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 nun. Sieben. Na, dann kommt doch. Nichts leichter als das. Das ist eine unserer leichtesten Übungen. Nimm die Beine in die Hand, nimm die Beine in die Hand, nimm die Beine in die Hand und ab dafür. Das kann ich aber noch mitnehmen hier. Das kann man noch mitnehmen, das kann man noch mitnehmen. Hm. 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 Wie war das jetzt? Äh. Pippin. Halt. 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 Genau. Der hat nämlich, der hat nämlich, der Pippin hat nämlich den Eimer. Huch. Kann das Feuer ausmachen. Und Monsieur Gandalf. Kann mit, äh, äh, zionischen Kräften. Ohm, 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 ohm. Das da oben ranhauen. Und dann kann der Gimli, äh, Gimmelchen, kann hier mal die Platte zerstören. Ja, man kann mit dir, äh, aufbauen. Dann haben wir nämlich da wieder was zum Schieben. Yeah. Erstmal zum Einsammern. So. Und dann kannst du hier losschieben. Yeah. Schwupp. Äh. Ja, wo war jetzt die Dingens? Ah, hier. So. Dann mal auf die Dohre. Atta. Hupsi. Da zittern sämtliche Plastikklötze. So. Los, ab durch die Mitte. Yaa! Yaa!